Endlich geht's auch für uns los. Deutschland startet in die Europameisterschaft und mit Frankreich kommt auch gleich der erste dicke Brocken auf Jogis Jungs zu. Welche Gefahren lauern beim Spiel? Worauf muss man aufpassen? Das weiß Mr. Vorsicht persönlich und darum heißt es jetzt, mach mal lauter, Bach. Zum Pokal mit Karl. Ja, also hallo Delta Radio. Also Frankreich ist ja nicht umsonst für Deutschland, also schon immer Hochrisikoland gewesen. Das sind gerade also die französische Variante. Also Fußball zu spielen ist dann natürlich brandgefährlich. Das könnte dann vor allem also in der zweiten, also halbzeit eine heftige dritte und vierte Angriffswelle auf uns zukommen. Ich würde auf jeden Fall also die strenge Einhaltung der AHA-Regel empfehlen. Also angreifen, hoffen, abschließen. Noch besser wäre dann natürlich die AHA plus L-Regel, also noch ein Linksfuß, wie also Robin Gosin zu haben. Denn von Frankreich weiß man ja, dass sie also in der Vergangenheit gerade hinten rechts, also viel zu früh geöffnet haben. Und so könnte man also auf jeden Fall also das Risiko minimieren, dass man nicht allzu hoch verliert. Also unbedingt beachten muss man natürlich auch, also wie sich Aerosole über den Ball übertragen. Und das ist eigentlich also genauso wie damals der Baron Münchhausen auf der Kanonenkugel geritten ist. Meine Kollegen von der Harvard University haben das mal untersucht und das will ich jetzt also eben nochmal ganz kurz ausführen. Ah nee, danke, danke, sorry. Ich glaube, ich muss los. Mein Schnelltest ist fertig. Delta Radio. Klingt anders. Delta.